hi ihr lieben ich habe post bekommen ja genau ich habe post bekommen von der lieben lunas zauberwelt und zwar ich musste erst überlegen von wem das ist weil der absender da stand der name nicht so direkt drauf und da dachte ich habe ich irgendwas vergessen ja aber jetzt ist es da wir gucken mal rein ich finde übrigens diese box hier sehr sehr hübsch ist ja so einer schaut mal hier so eine coole box wir machen das ganze auf also die box ist wirklich richtig schön also ihr seht ja ich habe schon mal kurz reingeguckt weil ich konnte mir echt nicht vorstellen was das für eine post ist aber jetzt fiel es mal wieder ein wir hatten ja diesen vorgeklettertausch ich habe ihr ja sachen geschickt und so weiter ihr wisst es ja ich hatte ihren ja schon abgeschickt er ist auch schon angekommen und jetzt ist ihr hier bei mir angekommen und ja schauen wir mal rein ich finde die box so toll ja ich liebe ja so schwarz weiße sachen sowieso ich packe jetzt mal hier zur seite dann haben wir erstmal hier so ganz viel konfetti nähe wie nennt das man dazu naja seht's ja so hier vermute ich jetzt der pocket letter und dann sind noch viele gut ist mit den pocket letter gucke ich mir zum schluss an ich hole jetzt erstmal alles raus was hier drin ist damit ich hier mehr platz habe so box kommt hier zur seite so genau box habe ich jetzt zur seite gepackt und dann schauen wir mal was hier alles dabei ist so wir haben hier ein paar goodies und zwar auch so ein schönes tütchen hier hier sind so matte perlen drin und zwar in so pastelltönen kann man ja ganz gut oder kann man ganz gut sehen ja richtig cool so matt sind die vielen lieben dank dafür aber was haben wir hier schönes ah die hatte ich auch mal diese schmetterlinge hier die gab es in verschiedenen farben aber man sieht schlecht das licht ist wieder sehr dunkel also das ist kein keine tageslichtbirne hier zum basteln reicht aber zum film ist leider ein bisschen dunkel also die schmetterlinge hatte ich auch schon mal cool das habe ich wieder ein paar da habe ich sogar auch schon mal schmuck mitgemacht naja mit dem blauen her blauen orange hatte ich da hier sind verschiedene farben rot und die orangen kenne ich gar nicht und die frauen oder die dunkel lila ja auch nicht aber das noch so ein paar sternchen dabei sind auch cool so kleinere sternchen sieht überhaupt was ich denke schon also so eine mix tüte so dann haben wir hier chance anker und schneeflocke und der ist cool ja der muss immer ganz kurz rausholen dann würde ich aufgehen also möchte ich mir mal anschauen weil der sieht so wie nennt man das wenn das so rostig ist seht ihr das das ist so ein bisschen hat das cool also die form kenne ich ja habe ich auch ganz viele aus plaster aber der hier sieht so ein bisschen verrostet aus ich muss das ja mal weiter weg ich glaube jetzt seht ihr das richtig cool ja und halt noch so kleinkram hier ist zum beispiel ich glaube eine hexe oder so oder was ist denn das na das werde ich mir in ruhe noch mal anschauen also charms gehen ja immer ich liebe charms vielen vielen lieben dank dann haben wir hier so ein tütchen mit dem moosgummi stickern und zwar blümchen und schmetterlinge auch cool nachher liegen ja noch meine moosgummi sticker da habe ich schon ein paar daraus sortiert von der bäcker ausbestellung kann ich dann gleich dazu packen dann haben wir hier also holz ja so holzelemente so kleine füchse sind das die sind ja süß die kenne ich noch gar nicht und hier ist eine coole muschel so eine offene kann man auch wieder irgendwie eine kette machen oder irgendwie so die füchse sind echt süß die sind niedlich die habe ich noch nie gesehen dann haben wir hier einmal so ein tag mit so einer mit so einem stoff drumrum also mit so einer schnur ja richtig cool der holzschmetterling ist schön vom td ist der echt erst vom td sehr cool habe ich noch nie gesehen beim td gibt es bei uns gar nicht also wenn dann vielleicht andere aber der wäre mir aufgefallen und dem finde ich auch vom preis geht noch da hätte ich mir auch welche mitgenommen aber naja vielleicht kommt das bei uns später wieder dann haben wir hier die sind ja cool sticker ich kenne die figuren aber ich weiß nicht wie die heißen steht hier bestimmt drauf aber ich weiß nicht wie man macht das für wer das überhaupt ist oder ich kenne die so vom sehen her finde ich auch cool aber weiß nicht wie gesagt power power puff girls the power puff girls ist das richtig kenne ich nicht aber finde ich cool dankeschön ist ja auch so kawaii mäßig und dann haben wir hier noch so ja so band ne so deko band quasi zum einpacken und für anhänge und so auch richtig cool könnte vom action sein ich weiß es nicht richtig cool ist ja ein bisschen hochgerutscht sind so verschiedene das hier sieht cool aus also vielen vielen lieben dank für die goodies hast ganz schön vier goodies eingepackt was wieder übertrieben und hier haben wir auch noch gut ist nee das sind doch die sachen die ich dir teilweise mitgeschickt habe oder warum hast du die denn nicht behalten der stempel der worte für dich ich glaube du hast mir die sachen zurückgeschickt die ja dass wir die sachen zurückgeschickt die du nicht gebraucht hast aber wir haben doch eigentlich ausgemacht dass wir die sachen behalten weil ich habe ja deine auch nicht zurückgeschickt ich hoffe das ist jetzt nicht schlimm oder habe ich was falsch verstanden nö du hast mir tatsächlich alles zurückgeschickt dass du nicht gebraucht hast ja das waren so die sachen die ich ja teilweise eingepackt habe ja die waren doch für dich na gut das kann man nicht ändern so und hier ist der pocket letter vermutlich drin jetzt kommt das wichtigste so den hat sie ja so schön zusammengefalten und da ist er ah cool naja den stempel auch benutzt vielleicht hast du den stempel auch schon das kann natürlich auch sein ja richtig cool schön bunt ist er geworden gefällt mir sehr sehr gut ja das papier ist immer schön hier ich weiß gar nicht mehr wo ich das gekauft habe mit diesem mittel hier und hier hat sie auch einen super anhänger dran gemacht der ist ja schön im hintergrund hört man die türen so ein bisschen ich hoffe das stört euch nicht es ist wochenende und da sind alle da da ist krach ja richtig cool der anhänger den würde ich mir am liebsten abmachen und ja den mache ich mir auch ab hier ist ja so ein schlüsselanhänger ding und den hänge ich mir hier irgendwo mit ins bastelzimmer rein bei dem pocket letter werde ich in meinen ordner packen also richtig toll geworden schön bunt jedes fach oder jedes kästchen hast du anders dekoriert also ein richtiger schöner mix pocket letter gefällt mir sehr sehr gut ja und der anhänger ist wirklich richtig toll den hast du super gemacht die farben sind auch toll passt super dazu ja das war die post vielen 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 lieben dank und wir sehen uns bei mir bis zum nächsten video tschüss ihr tschüss ihr tschüss ihr tschüss ihr